Sonnencreme drauf und nichts kann mehr passieren? So einfach ist es leider nicht. Beim Thema Sonnenschutz machen viele von uns Fehler, die den Schutz der Haut erheblich mindern. Fehler Nummer 1. Du trägst zu wenig Sonnencreme auf. Bloß keine falsche Sparsamkeit. Erwachsene sollten für ihren gesamten Körper zwischen 3 und 4 Esslöffeln Sonnencreme verwenden. Nur so entsteht ausreichender Schutz. Fehler Nummer 2. Du verwendest abgelaufene Sonnencreme. Auch wenn es verlockend ist. Die angebrochene Creme vom letzten Sommer solltest du nicht mehr benutzen. Wie viele andere Kosmetikprodukte halten Sonnencremes nämlich nur ein Jahr. Danach ist ein vollständiger Schutz nicht mehr gewährleistet. Fehler Nummer 3. Du verzichtest zum Bräunen auf Sonnencreme. Dass man mit Sonnencreme nicht braun wird, ist ein Mythos. Sie hilft unserer Haut sogar dabei, schonender Farbe zu gewinnen und die Bräune somit länger zu halten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020